Erster Törner bei den Gästen, jetzt kommt Joßmann, herrlich gespielt, ja das fängt doch super an hier. Das darfst du, hatten wir ja bei 2 in the game, Giants ein unglaublich achtsames Team was Steeds angeht. Aber wir wissen natürlich um unsere Rolle als Außenseiter und als Spin Move. Super Pass und Super Rim Run. Man. J, J, Man is on fire. Schön. Pelle, gut. Ist natürlich immer dieses Thema, ob man dann extra motiviert ist, wenn man gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber spielt. Klar, in gewisser Weise willst du das Pelle hier auf jeden Fall gewinnen. Und Luca K, gut. Erster Zähler für die Giants. Jetzt stoppt's Luca Tart. Und jetzt bewegen. Ja. Ficke, schön. Afeinander. Zähler 5 und 6 für ihn. Ja. Gute Ende. Gute Ende. Schöner Euro Step. Strongs für die Giants weiter zu verkürzen. Und das tut JJ Mann auch. Mann. 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 Luka Kahl für 3 und sofort kommt die Auszeit. Das war zu eng, kein gutes Anspiel. Jostmann fliegt den nach Hause. 85, 84, sowohl von den Giants als auch von den Ehingern, Mann, der passt und das passt auch einfach zu diesem Spiel, dass es JT Mann ist, der hier den Dreier trifft. Der ist off, die haben sich die Giants nicht mehr nehmen lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Mann, nochmal. J, J, Mann! Obwohl er natürlich ein super Spiel gemacht hat, gar keine Frage. Gooden. Gestern Quentin Gooden legt auch den rein. Jetzt werden es am Ende wahrscheinlich doch noch 100 Punkte für die Giants. Kahl. Legt den noch oben drauf und Gooden den hinterher. Oh, jetzt fallen sie auseinander. Mann, noch ein Dreier. gut. Melvin Joostmann mit dem Schlusspunkt. Die Bayer Giants Leverkusen gewinnen 106 zu 87. Bis auf einmal. Tschüss. Je, 정 daderwinden, wir sehen uns heute da. Hundreds of하지! D Denken ich dir in Berlin. Die Bayer Giants machen, das auch ganz